Ich muss wirklich alles nochmal machen Nein, oh, ich bin noch extra langsamer gefahren Ey Mann Der kann hier gar nichts anrichten Gibt's doch nicht Das hier Ja, kill Das ist schon mal nice So Was willst du denn du Ich kann Alter Mach doch, beweg dich Ich weiß nicht, was man da sonst machen soll, wenn der auf dem Dach sitzt Nein Oh Das geht auch Na Ich ram dich auch kaputt, Junge Und nochmal So Da drüben anschwächen Lass mich So So, einen hab ich noch Komm, ich bremse erstmal Lass mich Du Vogel Hab ich den jetzt nicht getroffen Reparieren Okay Okay So Na, hörst du auf zu schleifen, Junge Alter Ich komm nicht weg Hör auf Hör auf Hör auf Wuhu Komm schon Nein, nein, nein Nicht auf den Auf den Nein, nein, das geht nicht Shit Ich muss Pause machen Komm Komm, reparier Mach der nicht Der doof Ich will dein scheiß Fass angreifen, Junge Nicht Sonst was Ach Ich hab hier die Papu Nenn ich den Oh Gott Ja, nee Hör mal auf Danke Hätten mir auch keine Munition geben Shit So Bis jetzt Matsch Ich nutze Schrotflinte oder Donnerstecher, um zu vernichten Hab ich nicht Null Null Jetzt hab ich drei bekommen, oder was? Jetzt kommen mir wieder die Normalos Das ist so nervig Die sind doch Das sind doch nicht zufällig Das kann mir doch keiner erzählen Na komm Lass sie doch jetzt auf den Ja, das war klar Nein Nein, nein, nein Steig aus, Junge Steig doch aus Ich bin ausgestiegen Oh nein Oh nein Ich werde hier Cut machen Und werde es danach nochmal probieren So Wir sehen uns das nächste Mal wieder Schätze ich Oder gleich Ich weiß nicht, wie ich schneide So Leute Vielleicht klappt es ja jetzt mal Hab jetzt gut Mittag gegessen Und Mir einen Energy Drink geholt Und dann wollen wir doch mal sehen Ob wir den Scrolls nicht jetzt down kriegen So 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 Ah Reicht es wieder Ich lass mich hier mal fast verarschen An der Kreuzung Ist auch geil, dass er hier die ganze Zeit im Kreis fährt, ne? Bis wir ihn kaputt gemacht haben Nein Nein Scheiße BAM Der hier sieht aber auch ziemlich angeschwächt aus Also ich will hier nicht nochmal runterspringen Jetzt ist das freigesetzt Das war's für ihn So Zwei Schrotflintenschuss noch Mist Mein Licht Ein Moment Leute Ich mach das normale Licht an So Mal kurz einen Lichtswitch gemacht Weiter geht's, ne? Komm schon Lass dich anschießen Aua Da sind sie schon Ihr Hugos, alter Oh Ja, bitte, bitte, bitte Einer noch Oh, der soll abhauen Na komm Yes Nein, nein Schnell raus Reparier's schnell Wir müssen ihm folgen Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn Nicht in sein Feuer Wir müssen uns eben reparieren Mach da, mach ihn, mach ihn, mach ihn So Das war nicht getroffen Das war, da war auch gar kein Ziel Da Da Jesus Jesus. I can bring life back into her lungs still. Black fingers will heal her safe. Come on! Praise me! Her juices flow! Her bowels are a goal with the cuttering pistons blow by blow! Get off! Just one chance to get her. Now! No! She will die! No, Saint! At all! Never! I would rather breathe my last breath than watch her die! I am her protector! Her savior! No! Saint! Saint! Please! 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 They must all die. No! 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 Eat me! Oh no! 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 Das ist nicht wahr. Ich bin ausgewichen! Wollt ihr mich verarschen? Verarschen? I bring the thunder! Was? Shit. Boah, wie weit soll ich denn da vorausdenken? Hä? Hebt das doch mal auf. Sticks and stones may break my bones. Ha! Einer. Oh doch. Weisley the evil. Er kommt, er kommt. Jetzt haben wir es doch raus. Make him pay. Oh shit, das war zu früh. Ja, jetzt habt ihr es aber auch oft genug gesagt. Jetzt reicht das langsam. Mann! Der ist zu langsam geworden. So, jetzt. Mal so. Immer noch nicht. Ohoah! Na, jetzt aber. Ohoah! Yes! dass die Ah! Mongo! Der hat das im Kopf gehabt? Der hat das im Kopf gehabt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du hast die Geschichte von Mad Max erfolgreich abgeschlossen, doch es gibt noch viel zu tun. Crumbucket und der Magnum Opus sind gemeinsam mit einigen weiteren richtigen Charakteren zurück. Sieh dich ruhig weiter um, schließe Missionen ab und verbessere dein Auto, wie es dir gefällt. Das Ödland wartet auf dich. Okay, ich muss nur noch kurz reingucken, der ist doch gar nicht tuned ab, oder? War das die Stelle, wo er jetzt runtergestoßen wurde? Ja, man könnte jetzt hier weiterspielen. Allerdings werde ich das nicht tun. Oh, wieso? Ich glaube, der Speicher von meiner Kamera ist voll... Ja, sorry, dann ist die Facecam schon mal weg. Es gibt... Es gibt... Unsere Lila-Jacke haben wir... Oh, die ist von den klassischen Mad Max-Zeigen, glaube ich, ne? Von den Filmen. Ähm... Ja, wie gesagt, in den Aufnahmen werde ich jetzt nicht mehr die Mission zeigen. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt mache. Jetzt für mich wahrscheinlich doch. Kopf, hier gibt es noch ein paar Köpfe jetzt. Da muss ich bestimmt noch verschiedene Missionen freischalten für. Ja, dann würde ich sagen, das war es. Soweit von Mad Max. Ich habe leider keine Ahnung, ob in Zukunft, in naher Zukunft, noch ein Singleplayer-Spiel aufgenommen wird. Ich denke erstmal eher nicht. Eventuell, ich habe mit dem Gedanken gespielt, welche zu streamen vielleicht. Aber da müsste sich ja auch die richtige Zeit für finden. Ja. Wir haben erstmal noch ein halboffenes Minecraft-Projekt, das wird demnächst kommen. Und einzelne Minecraft-Runden. Ja, ansonsten, Mad Max abgeschlossen. Ich verabschiede mich hier. Ich fand das schwer. Nicht übel. Es hätte... Ich weiß nicht. Es hätte noch ein bisschen Runden aus sein können. Ich habe mich nicht so mega an die Charaktere gebunden gefühlt. Und irgendwie war jetzt auch die Landschaft... Weiß ich nicht. Da war schon viel drin. Irgendwas hat gefehlt. Ich weiß nicht genau. Aber man kann es schon mal spielen. Ist ganz gut. Ich fand es Spaß gemacht. Vor allem, weil es ja passend zu dem Film ein Spiel war, zu dem neuen. Aber kein Spiel zu der Film-Story. Also es ist eigentlich doch eher ein Extraspiel. Und das ist gut. Also die wollten nicht einfach nur irgendein Spiel rauskloppen und damit Kohle zu machen. Hatte ich das Gefühl. Ja, damit habe ich auch genug gelabert, würde ich sagen. Und wie gesagt, sehen wir uns dann demnächst in irgendwas anderem wieder. Bis dann, Leute. Ciao.